Wir sind hier wieder in der Küche, wo kreativ gearbeitet wird. Heute machen wir eine weiße Grundcremesauce. Weiße Grundcremesauce, mega wichtig, braucht man in jeder Küche, ist ein Baustein, den man immer parat haben soll. Ein bisschen Vorbereitung muss nachher sein. Zehn Minuten köcheln, mixen, passieren, fertig ist das Grundrezept für die weiße Grundcremesauce. Und dann geht's los. Musik Champignon, Schalotten, Fenchel und Staudensellerie. Die schneiden wir schön klein, die verkochen relativ schnell und wenn man die püriert, geben die zusammen eine wunderbare sämige Bindung. Aber was noch wichtiger ist, die geben ein wunderbares harmonisches Geschmacksbild. Und das wollen wir bei der Grundsoße haben. Dann brauchen wir Nollibrat. Nollibrat ist trockener Wermut. Das ist kraftvoll, hat 17 Prozent Alkohol, ein bisschen mehr als Weißwein, ist aber vom Geschmack her viel, viel runder, viel fülliger, viel tiefer. Das brauchen wir zum Ablöschen. Gemüsefunk brauchen wir auch noch. Dann brauchen wir ein bisschen Sahne. Aber jetzt hier nicht Sahne light, wenn wir eine Cremesauce machen, eine weiße Grundcremesauce und dann gehört da Sahne rein. Und zwar richtig rein. Entweder machen wir ein Rezept, wo wir sie nicht brauchen, aber da wo wir sie brauchen, da machen wir sie bitte richtig rein. Großzügig, viel und so, dass es auch richtig schmeckt. Dann brauchen wir ein paar Gewürze, ein bisschen Salz, Zitrone, weißen Pfeffer, Koriander aus der Mühle und dann haben wir hier noch Kerbe und ein bisschen Estragon. Das brauchen wir mehr oder weniger nur zum Aromatisieren. So, und dann legen wir los. Champignon, Schalotten, Fenchel, Staudensellerie. Das kommt in ganz vielen Rezepten vor. Das sind einfach vier Basisbausteine. Von der Größe her klein geschnitten. Wir brauchen keine Mini-Kleinwürfelchen. Klein ist okay. Ich denke, das kann man hier so sehen, dass das einigermaßen gleich ist. Alles schön klein geschnitten. Voilà, zu gleichen Teilen kann man jetzt mal grob sagen, nicht unbedingt vom Gewicht her, sondern von der Füllmenge her. Wir haben es jetzt hier schön Häufchen für Häufchen. Jetzt kommen die Champignons noch dazu. So, ich finde, das sieht schon ziemlich gut aus. Gleiche Teile. Voilà. Eins, zwei, drei, vier. So, ab zum Herd. Okay, jetzt gehen wir in den Topf rein. Ganz wichtig. Wir fangen mit Butter an. Und Butter muss aufschäumen. Wenn man Butter richtig aufschäumt, dann hat man schon mal 100 Prozent gewonnen. Jetzt die Gemüse dazu. Zack. Alles auf einmal. Im Gemüse steckt da wahnsinnig viel Wasser drin. Das Wasser muss raus. Wir wollen Aroma von den Gemüsen haben. So, wie lange schwitzen wir hier? Wir brauchen so drei bis vier. Vielleicht auch fünf Minuten. Aber man sieht jetzt auch, wie die Champignons schon zusammenfallen. Das Finale vom Anschwitzen ist das Ablöschen. Nur wenn man was Gutes reinmacht, kommt auch was Gutes bei raus. Also nicht zu zimperlich sein. Da muss schon ordentlich Nollibrat rein. Das riecht auch wirklich lecker. Keine Flüssigkeit mehr. Alles weg. Jetzt kommt unser Gemüsefond rein. So, fünf Minuten köcheln lassen. Und jetzt kommt die Sahne zu. Minimal würzen. Kleine Prise Salz. Koriander aus der Mühle. Korianderkörner. Klein bisschen Pfeffer. Zitrone. Säure ist immer wichtig. Und jetzt mit Sahne nicht mehr zu stark köcheln lassen. Wenn man Sahne zu stark kocht, dann schmeckt es hinterher brandig. Alles rein im Mixer. Wichtig ist jetzt, dass alles gut gemixt wird. So. Ich nehme so ein ganz feines Sieb. So ein ganz feines Sieb nehme ich. Denn ich will jeden Krümel raus haben. Das ist alles, was noch überbleibt. Ich mixe hier einmal kurz. Ich habe hier einen Mixer. Jetzt habe ich eine wunderbare, schöne, sämige Bindung. Jetzt komme ich mit meinem Estragon, mit meinem Kerbel, den lege ich jetzt kurz rein. Ich nehme diese Kräuter nur zum leicht aromatisieren. Zack. Nehme meine Pinzette, hol das alles wieder schön raus. Mix die Gewürze noch einmal richtig mit ein. Und fertig ist unsere weiße Grundcremesauce. Und es ist ganz einfach zu adaptieren. Einfach groben Senf mit rein. Löffel geschlagene Sahne oder Champagner mit ein bisschen Creme Fraiche. Safranfäden. Gorgonzola reinmixen oder frischen Trüffel. Ein paar Steinpilze anschwitzen und ein paar davon in die Soße reinmixen. Da kann man sich wirklich vorstellen, da macht Risotto-Essen und Pasta-Essen mit einer wunderbaren Rahmsauce richtig Spaß. Euch viel Freude damit. Das geht wirklich ganz einfach. Und beim Abschmecken immer dran denken. Von allem ein bisschen für nichts zu viel. Tschüss. Wer alles über Portwein wissen möchte, erfährt in meinem nächsten Video mehr über meine große Liebe und Leidenschaft und darf ganz exklusiv in meinen Keller schauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020